Bhujya Vrikshasana ist eine Bezeichnung für den Handstand. Vrikshasana heißt ja Baum und es gibt den Baum als Einbeinstand und es gibt den Baum auf den Händen. Und so ist Bhujya Vrikshasana die Bezeichnung für den Baum auf den Händen. Manchmal wird diese Stelle auch bezeichnet als Bhujya Vrikshasana und das ist dann der Skorpion auf den Händen, wo du also nicht auf den Ellbogen bist, sondern auf den Händen.